Wenn someone a party like this Hey Leute, hier ist wieder mal, euer TheDevilShots und heute ein weiteres Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch auf der neuen Map Revolution, wie ihr Step 3 ganz einfach machen könnt. Ja, was ihr dafür erstmal machen müsst, ist natürlich Step 1 und Step 2. Wie das funktioniert, ist in der Videobeschreibung. Schaut euch das an und dann könnt ihr auch den dritten Schritt machen. Was ihr dafür braucht, ist natürlich die Little Annies. Die zieht ihr, wie gesagt, ganz einfach aus der Kiste. Und wenn ihr die dann später habt, dann müsst ihr in den Riesenwurm reinreden. Wie das funktioniert, ist auch in der Videobeschreibung. Ja, dann seht ihr nämlich, wenn ihr in diesen Wurm drin seid, ganz an der Wand seht ihr dann so eine Löcher. Das sind insgesamt 9 Stück in den Wurm drin. Und dafür brauchen wir jetzt wieder, wie gesagt, die Little Annies, Weil da müssen wir jetzt diese Little Annies reinschmeißen. Wenn dieses Ploppen kommt, dann haben wir es geschafft. Und wenn dieses Gelache kommt, dann habt ihr es halt nicht geschafft und ihr müsst dann erstmal wieder warten. Und natürlich eure Munition. Am besten ist, dass ihr ein Kaugumi mitnehmt mit Munition, weil dann habt ihr eigentlich relativ schnell wieder die Muni da. Ja, wenn ihr das dann auch alles geschafft habt und dreimal habt ihr reingeworfen, dann kommen nämlich auch Magmas und die müsst ihr dann auch töten. Ihr müsst insgesamt dreimal drei, also in den ganzen neuen Löchern, einmal ein Annie reinwerfen. Und wenn ihr das dann später geschafft habt, dann habt ihr nämlich die Schriftrolle, also diese Tonbandrolle, die wir dann natürlich wieder zum Schluss reinschmeißen können. Der Tonband, also das Radio, wo wir später das alles reinschmeißen werden, das ist hinten bei Kino der Toten, wie ihr das auch gerade schon hinter uns seht. Und wie gesagt, ihr macht das halt jede Runde dreimal, dann kommen wieder drei Magmas. Und dann, wenn ihr nachher wieder Munition habt, dann schmeißt ihr wieder drei rein, dann kommen wieder Magmas und dann kommen wieder drei rein. Also insgesamt in diesen Wurm sind neun Spots, da muss halt immer einer rein. Und die müssen natürlich den ersten Step fertig haben und den zweiten Step. Das war's auch schon vom Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Und ich sag nochmal herzlichen Dank zu 450 Abonnenten. Alter, das kommen mal zu mal immer und immer mehr. Und das freut mich. Mal sehen, ob wir die 500 Abos noch knacken werden. Und ich werde auch noch mehr heute hochladen zu meinem Kanal auch. Wie mein Kanal jetzt auch weitergeht, wenn jetzt das DLC zu Ende ist. Und wie gesagt, ich hätte gerne das Audio, hätte ich gerne für euch abgespielt. Aber mein Elgato macht da nicht so ganz mit. Deswegen, ich will auch nicht spoilern, um ganz ehrlich zu sein. Probier das einfach mal selbst heraus, wie das funktioniert. Und dann freut man sich umso mehr, wenn man es selbst herausfindet. Ihr wisst ja jetzt, wie es funktioniert. Und dann würde ich sagen, haut rein Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer TheDevilShots. Bis dann. Bye-bye. Anyway, covid-free. Bye-bye. 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 Bis dann. Bugs